Meine persönliche Hürde war, dass das Produkt, was ich mit Herzblut und viel Recherche entwickelt habe, auf den Markt gebracht habe und es hat einfach niemand gekauft. Und dann stand ich erst mal da und dachte, okay, das will doch keiner. Und dann habe ich es nochmal gemacht und dann hat es funktioniert. Ich habe Hürden überwunden, indem ich mir erst mal einen Haufen Hürden aufgebaut habe, und zwar in meinem Kopf und das über 15 Jahre in einem Unternehmen, in dem ich aus einem Mangel an Mut geblieben bin, obwohl ich sehr zeitnah erkannt habe, dass es das nicht ist. Jetzt kann man sich fragen, wie kann man so etwas 15 Jahre durchhalten, indem man sich täglich neue Hürden dazu bastelt. Wenn man aber anfängt, diese Hürden zu überwinden und vielleicht auch die eine oder andere für sich einzureißen, kann man wirklich Großartiges schaffen. Das habe ich im August für mich verwirklicht, indem ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, meine persönliche Hürde war, dass ich in jungen Jahren in die operative Führungsrolle eingestiegen bin und bis zur Abteilungsleitung geschafft habe in den acht Jahren. Und dabei musste ich um Akzeptanz der anderen Menschen kämpfen, Respekt mir erarbeiten, das Vertrauen der Mitarbeiter und aber auch meinen Vorgesetzten gewinnen. Und das wurde mir nicht unbedingt vereinfacht, aber ich war sehr, sehr entschlossen, dass ich die gute Führungskraft bin für diese Abteilung, die ich gearbeitet habe. Von der ursprünglichen Qualifikation als Friseurmeisterin heute in meiner Funktion als Beraterin mit Unternehmen, die hauptsächlich männlich besetzt sind, in die Akzeptanz zu kommen. Es geht um finanzielle Hürden und es geht darum, überhaupt anerkannt zu werden. Ich habe Hürden überwunden, indem ich aufgehört habe, mich mit dem zufrieden zu geben, was ich erreicht habe. Ich habe mir neue Ziele gesetzt, die ich auch zielstrebig verfolgt habe, Forderungen klar formuliert. Und das ist auch mein Tipp an Sie. Formulieren Sie klar und deutlich, was Sie haben möchten, was Sie erreichen möchten. Dann wird auch die Hürde in jedem Fall zu überwinden sein. Ich bin sehr stolz darauf, eine der wenigen Kreishandwerksmeisterinnen der Republik zu sein. Anfang des Jahres stand die Position offen und lange habe ich überlegt, mache ich es nicht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt als gute Unternehmerin wirfst du deinen Hut in den Ring und ich habe es geschafft. Ja, meine größte Hürde, die ich überwinden musste, war im wahrsten Sinne eine ganz hohe, nämlich die Latte, als sie auf 2,7 Meter lag. Das ist die höchste Höhe, die ich gesprungen bin. Und genau das hat mich eigentlich stark gemacht, weil ich bin 1,82 groß und bin im wahrsten Sinne des Wortes über mich hinausgewachsen. Und das macht mir Mut, in schwierigen Situationen daran zu denken und dran zu bleiben und die Situation zu bewältigen. Ich glaube, meine größten Hürden waren in großen Gremien mit vielen älteren Herren, die alle viel fitter waren als ich, zu sprechen, überzeugend zu sein und Meinungen zu ändern. Ich habe eine Hürde überwonnen, indem ich in den Vorstand des Unternehmens gegangen bin, bei dem ich nun seit über fünf Jahren die Vorstandstätigkeit übernommen habe und mich sozusagen aus der Angestelltenposition in die Position als Organ dieses Unternehmens bewegt habe. 2015 bin ich blond und blauäugig in die Selbstständigkeit gegangen, denn ich dachte, ich müsste die Teams retten mit Teambuildings oder ich möchte die Teams retten und mache ganz aktive Formate, die für Begegnungen auf Augenhöhe sorgen und habe einfach entdeckt, das spricht die Männer nicht an, das spricht die Geschäftsführer, die Kunden, die männlichen Kunden nicht an, weil wenn Teambuilding in einem Männergedanke ist, ist es oft mit Wettbewerb und wer ist vielleicht schneller als der andere. Und da habe ich so den Fokus, dass in meinen Events die Teilnehmer alle gleichberechtigt sind. Als ich zurückkam nach Deutschland und ich war ja viele Jahre in Afrika, als ich dann in Deutschland wieder neu anfangen musste und ich hatte nur einen Rucksack und 100 US-Dollar, das war alles und ich musste von vorne anfangen und das war eine sehr große Hürde und dann habe ich begonnen eben meine Akademie aufzubauen und meine Heilpraktikerpraxis, also mein zweites Standbein und das ist von Erfolg gegrünt, weil es einfach Freude macht und ich auch gelernt habe, dass man immer wieder aufstehen muss. Meine größte Hürde war, dass ich vor zwei Jahren meinen eigenen Podcast gestartet habe, der heißt Unternehmen im Gespräch und ich mich damals nicht so richtig getraut habe, ins Mikrofon, geschweige denn in eine Kamera zu sprechen und ich jetzt froh bin, dass ich das heute gelernt habe. Ich habe meine persönliche Hürde überwunden, indem ich letztes Jahr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf neu gestaltet habe. Ich bin von meinen Führungspositionen zurückgetreten und habe mich dem Familienleben gewidmet und habe jetzt eine andere Funktion bekleidet und fühle mich damit viel, viel wohler. Viele Jahre habe ich mich filmpolitisch engagiert und habe als freiberufliche Kamerafrau gearbeitet und dann hatte ich auf einmal die Chance, fest angestellt als Professorin in Vollzeit zu sein und das war für mich eine ganz große Herausforderung. Ich hatte damals zwei junge Kinder, acht und zwölf Jahre und die mussten natürlich auch betreut werden. Also habe ich einfach nachts gearbeitet und habe dann einfach weniger geschlafen. Das erste Jahr war sehr hart, vor allem weil die Frau, die mich in den Job gebracht hat, danach sofort sechs Monate später in die Babypause gegangen ist und ich den ganzen Studiengang alleine geleitet habe. Das war total viel Arbeit, aber ich konnte endlich zeigen, was in mir steckt und deshalb war das eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, die ich genutzt habe.